Mein wichtigstes Tor war das Tor gegen Grönig. Das ist das Tor des Monats geworden und ich habe mich sehr gefreut darüber. Mein erstes Spiel war bei der U8, das war ein Turnier in Eggenburg, ein Hallenturnier. Mein schönster Moment war das erste Mal das Rapid-Trikot der Kampfmannschaft zu tragen gegen Valencia. Mein stärkster Gegenspieler ist Kevin Kampel. Er ist sehr beweglich und sehr trickreich und da habe ich schon meine Mühe gehabt mit ihm. Meine Jugendsünde. Ich habe keine Jugendsünde. Ich bin ein Engerl. Der häufigste Satz in der Kabine. Bist deppert eurer. Das kann ich nicht leiden, wenn jemand nicht ehrlich zu mir ist. Mein Lebensmotto. Niemals aufgeben.